Friedrich Nietzsche Meine Feindschaften Mit Feindschaften war es mir niemals lange ernst. Im Augenblick zwar, zumal unter dem Eindruck eines bedeckten Himmels, könnte ich leicht jemanden töten. Ich habe mich einige Male schon gewundert, dass ich es noch nicht getan habe. Aber ich lache zu bald wieder, als dass ein Feind sehr viel bei mir gut zu machen hätte. Über dies bin ich aus letzterem Grunde davon überzeugt, dass ich meinen feindselig erregten Gefühlen mehr zu danken habe, als den freundschaftlichen.